hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal von uns an und das live kommt aber nein mw3 ist am start ich spiele eigentlich seit heute eigentlich aktiv wieder ein bisschen mw3 ich bin auch ein ganz kleines level 23 543 ja okay das war es eigentlich auch schon synchronisieren und ja heute ein bisschen noch mal mit kämen spielen ich wollte einfach noch ein bisschen mit reden hier was in letzter zeit jetzt ein bisschen schief gelaufen ist also ich war jetzt eine woche in berlin der eine oder andere weiß es ja natürlich der aktiv meine videos guckt der hat zwar ein bisschen am ontaner blick angehört aber nachher ist mir doch eigentlich ein bisschen egal und wenn jetzt man schon gesehen hat ich habe einen neuen im sinne einen neuen x mystic account das liege einfach daran dass mir der alte account nicht mehr so gefallen hat der name eigentlich eher gesagt und dann habe ich mir mit dem klang abgefragt so ob das dann habe ich mir mit dem klaren einen neuen namen für mich ausgesagt und x mystic prime ist jetzt uns ist mir eingefallen ich finde ihn eigentlich recht nice und ich versuche ich baue gerade halt den den account wieder ein bisschen da auf und ja also ich wollte mit euch noch ein bisschen erzählen hier was jetzt letzter was jetzt los war dass ich habe gesagt jetzt kommen wir trotzdem normalen auch meine videos weiter aber es kam ja im sinne nicht es lag auch was auch was mich am meisten war wegen ermordes neuer bis und für die energy woche weil die energy woche war habt ihr die eine ein oder andere auch scheiße egal der ein oder andere auch gesehen und der sonntagsteil ist erst gestern okay das video wird er wahrscheinlich nicht heute sehen gestern sind dann hochgeladen worden und ja und tut mir leid dass es dann erst sagen mal fünf tage später erst hochkam als es eigentlich sein sollte das tut mir sehr leid für den lieben energy weil es hat auf jeden fall sehr sehr viel spaß gemacht mit ihm das aufzunehmen ihr werdet auch bald noch was auf seinem kanal von uns beiden sehen das kann ich euch schon mal so war so hier leise ins hier rein flüstern hier habt das hat nicht von mir das ist schon mal klar egal es läuft doch eine maß naja ist nichts besonderes jetzt ich bin jetzt auch noch nicht so ich brauche nicht so die beste gute waffen eigentlich hier in mw3 es macht auf jeden fall war mehr spaß als black ops 2 zu zeit zumindest also sind es alle nur noch am schwitzen in black ops weil das kann man findet keine vernünftigen lobbies mehr so läuft doch eigentlich kommen nimmer die mal die acr auf ist eigentlich eine recht geile waffe finde ich auch einer der besten waffen meiner meinung nach in mw3 ja also weil kottenhofer sagen also es lag ja was ist das ja das ist jemand draußen also wenn egal eine woche halt war ja in berlin dann habe ich es halt alles nicht geschafft ich habe es über den enden die wochen sonntag teil dann halt schon gerendert aber wo es ist und habe es einfach nicht richtig im sinne wahrgenommen weil ich dachte ich krieg das noch hin am nächsten tag dann habe ich eigentlich nicht so im sinne wahrgenommen dass ich nicht mehr so viel zeit hatte das tut mir sehr leid wir sind es war ein fehler von mir dass ich könnte es auch jetzt auch einen tag vorher schon hochladen können ich lasse mir war manchmal nur ein bisschen zeit und ja dann hat es jetzt das problem wissen dass ich es dann nicht hochladen konnte an dem zeitpunkt wo es hochkommen ist tut mir leid ich hoffe es hat ja der einen ich hoffe es ist nicht so schlimm wie gehabt am schluss er gesehen und ja also jetzt finde ich auch keinen gegner mehr also das ist jetzt schon ich laufe immerhin gerade meine wege ich habe jetzt eigentlich ein bisschen den gleichen weg aber ich habe mich nur eigentlich gerade so ein bisschen jetzt mal herzweilang dann kann ich noch mal ein gegner finden ist mein erster wo sind sie da ist noch einer schrecklich anzusehen wo ist er denn wo ist er denn jetzt schon wieder hin der kampf schrauber haben wir schon mal so wir haben das diese art verbessert die haben ja die verbesserte drohne gerade online das ist schon mal nicht schlecht jetzt kann ich zumindest sehen wo sie langlaufen dann haben wir ja nicht auf der karte auch scheiße okay das war einfach wirklich da nur ein fehler von mir dass ich da lang gelaufen bin ich weiß gar nicht warum ich aber auch so offen lang gelaufen bin wo ich auch sogar gesehen habe dass die gegner alle jetzt hinter mich wollte ich noch den einen schnitt töten dann die anderen holen aber naja ist doch in ordnung 9 zu 2 steht so gerade also und der kampf die macht eigentlich auch gerade helikopter macht eigentlich gerade nicht schlecht das ist der scheiß andere kampf will ich dachte mir schief gerade einen armen alter hier war doch noch einer egal läuft bei dir auf jeden fall also es gibt hier auch jetzt genügend hier kämpft meine teamkollegen sind richtig krasse typen also muss man schon ehrlich sagen also egal also ja also habt ihr euch das tut mir dann zumindest für diese sache leid dass das gut geklappt hat ich habe dafür habt ihr auch jetzt doch was dieses mdl also ich wollte es eigentlich dann mal beim vater hochladen aber das problem war irgendwie mein von meinem vater hat genau an diesem schönen tag hat das internet herum gespuckt und der wollte dann mir hat mir einfach so sagt macht er ist man strich durch die rechnung und lasst das video mal tausend minuten hochladen und wer ist ein bisschen ja ein bisschen hatte mein adi das war halt so habe ich jetzt auch nicht mehr geschafft weil hätte auch nicht gemacht wahrscheinlich weil ich bin ja morgens früh recht recht morgens früh schon losgefahren und das war halt abend so um elf und da ist noch einer so das war so morgens um elf um abend war das um die zeit und ja wenn ich und ich musste halt waren sechs oder sieben oder sind wir losgefahren oder sowas ja also ich kann auch wenn der mit euch interessiert was ich jetzt so alles in berlin gemacht habe kann ich ihr könnt das ja mal in die kommentare schreiben dann erzähle ich in einem extra video noch was dazu ja okay also ja ok also das war ich nur was ich sagen wollte jetzt noch mich immer ein bisschen entschuldigen was es nicht so klappt aber wahrscheinlich hat er meine nase die ganze zeit brauchen dass wir schon zu ende ja ok also ich kann jetzt mal gott ein bisschen was sagen ja also ich also was ich noch ankündigen kann haben wahrscheinlich ich habe das kennen sie das beim zocken irgendwie zocken immer noch die nacht das nennt auch egal auf jeden fall was wollte ich jetzt sagen was wollte ich jetzt sagen also auf jeden fall glaube ich wahrscheinlich am dient da kommt ein livestream von mir und der martin wahrscheinlich cod irgendwas mal gucken ich gehe jetzt erstmal aus der lobby raus und ja also könnt ihr mal dann könnt ihr gerne vorbeischauen ich wollte es ein bisschen früher ankündigen als sonst nicht einen tag vorher sonst ein paar tage vorher heute das video muss ich dann ja dann lade ich es trotzdem einfach morgen hoch also morgen ist montag und dann ach das ist doch wie ein tag nur das ist jetzt doof irgendwie okay komm einfach ich pack heute einfach das dritte video auch heute noch raus ich wahrscheinlich wird er dieses video auch noch heute sehen und ich hoffe dass euch natürlich gefallen wenn da dann lasst doch mal einen kommentar und ein leichter und ja ach so war noch eine kurze sache wenn ihr euch wundert warum ihr wissen alles ein bisschen anders aussieht das lied daran ich dass das zimmer gewechselt wer hat andere aktive am moment von mir ist halt wer meine hoom tour hat gesehen hat mein 300 abonnenten zwischen weiß dass ich habe mich auch in das zimmer reingeschaut und ja und hier also das ist ein wechsel ich sage in einem anderen video mal warum ich es eigentlich jetzt warum jetzt ich das im sinne das zimmer gewechselt habe warum wundert ich daran warum ich immer so ein bisschen nach da gucke das liegt einfach daran dass ich auf die aufnahme gucke ob die wirklich noch läuft oder nicht weil manchmal macht das um je keine ahnung spinnt die bisschen rum deswegen gucke ich ab und zu mal darauf also jetzt im nächsten video wahrscheinlich über die nächsten paar wie in den nächsten paar videos wahrscheinlich warum ich das raus in den zimmer gewechselt habe es keine kleinen paar kleine story die ich dazu noch sagen kann und ja ich hoffe ich verabschiede euch ich hoffe es war nicht so schlimm dass ich heute mal mv3 gezeigt habe als irgendwie mal ein bisschen abwechslung ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen mv3 jetzt bringt aber mv3 blockt eigentlich recht gut dann eigentlich kann man habe ich auch recht gut was er schwitzt schon einiges ein paar sachen da also fast noch eine mob schon aber naja ein deutscher sniper man wieder hat mir die die rechnung dazwischen geht und ein clip vom mob einfach getötet naja was kann man machen also ist doch ganz normal aber hier kann man wahrscheinlich stimmt was reißen meine freunde und ich verabschiede mich und ich hoffe es euch natürlich was gefallen ja okay dann ja ciao ja